Hey Leute, es ist doch gar nicht so einfach darüber zu reden. Vor gut einer Stunde kam der Onkologe hier rein und hat mir gesagt, dass ich wahrscheinlich nicht mehr so lange zu leben habe und dass wir unsere Zeit genießen sollen. Sicher habe ich das schon mal gehört und zwar mit Grovi. Und das war jetzt gar nicht so einfach. Also Mutti und ich haben beide versucht, stark zu bleiben, weil der große Heulwarnsinn steht noch aus. Aber ich kann auch irgendwie nicht so richtig drüber reden. Also das Ding war irgendwie, dass jetzt alles anwächst, was wir schon gehört haben, aber auch vielleicht nicht so richtig realisiert haben und dass die Tumore anwachsen, dass mein Hirn anschwillt und dass es sich um nicht so einen großen Zeitraum wohl handelt. Aber genau wird dazu nichts gesagt und jetzt kommt gleich nochmal ein Onkologe, nämlich mein eigentlicher Onkologe, den ich jetzt nach Dr. Kufler bekommen habe. Das ist komisch, dass man da jetzt so drüber redet, obwohl es um sowas Ernstes geht, aber vielleicht ist das ja auch eine Art und Weise, wie man das vorhat. Und das ist ja auch ein paar Mal. Du bist da, wenn man dauer, weil 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 man dauer, aber Vielen Dank.